Ich bin froh, dass ich wieder einigermaßen aufstehen kann. Ich bin immer noch ein bisschen down. Ich hab die letzte Nacht gepennt, wie ein blöder, oder gar nicht, würde ich mal sagen. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Einziges Problem ist wirklich, dass mir die Knochen wird, irgendwie Hund. Ansonsten geht es eigentlich. Von der Luft bin ich eigentlich positiv überrascht, dass das alles so klappt. Aber ich hab ein bisschen... Ja, was heißt Angst? Respekt hat mein Angst. Angst hab ich nicht. Angst hab ich nur vor meinem Schöpfer. Aber Leute, wie gesagt, ich bin froh, das bis jetzt gut überstanden zu haben. Einziges Nachteil ist, ich hab die ganze Fresse voller Herpesbläschen. Weil ich durch das Fieber ist das bei mir normal. Ich kenn das nicht anders. Deswegen sag ich, ich kenn meinen Körper. Ich weiß, was das ist. Aber so wirklich komplett... Ich hab AC Glovir in Tablettenform. Ich wollte das damals eigentlich in selben Form haben. Die in der Apotheke haben gesagt, nee, Tabletten ist besser. Hat man jetzt hier auf Vorrat liegen gehabt. Ja, und die helfen eigentlich ganz gut bei sowas. Also zumindest ist die Ausweitung jetzt nicht... Oh Leute, echt. Ist die Ausweitung jetzt nicht größer geworden. Oder Ausbreitung oder wie auch immer. Ist doch egal, wisst ihr was ich meine. So, ich mach mir jetzt einen Kaffee. Und werde mal ein bisschen in der Siete spazieren gehen. Einfach mal ein bisschen an der Luft. Weil ich glaube, frische Luft, Vitamin D... Und Kaffee. Das sind einfach so das Beste. Ja. Ich hab zum Glück noch viel Essen eingefroren. Viel Lebensmittel. Ich hab noch... Also ich muss jetzt nicht unbedingt los. Einkaufen gehen. Oder jemanden zum Einkaufen schicken. Ich hab zum Glück genug Nudeln da. Ich hab genug Reis da. Ich hab Gemüse eingefroren. Und so weiter und so fort. Also ich werd mir gleich ne schöne Reispfanne noch machen. Mit ordentlich Gemüse drin. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Ob wir das mal so langsam wieder rauskriegen das Ganze. Alles klar Leute. Dann erstmal bis später. So. Jetzt... Boah, hab ich mir meine ganz gemüsige Lumpe aus dem Eisfach rausgesucht. Und ja, Reis und so weiter. Und will anfangen und denke mir, oh guckst du nochmal im Kühlschrank. Ich hab ja noch ähm... Tomatenmark da. Ja. Und äh... Ja, da wachsen die Haare raus aus der Dose. Also total verschimmelt. Obwohl sie... Ja äh... Eigentlich nur im Kühlschrank gestanden. Da Deckel drauf. Alles. Also sie haben die Dosen auch wieder so ein Verschlussdeckel. Bringt alles nichts. Ja. Shit. Dachte ich mir. So bevor ich jetzt irgendwo hinrenne in die... Was weiß ich. In Bimbo oder sonst wo. Ähm... Äh... Ja, hab ich mir... Beim... Untep... Kebab-Chi... Einen Thunfischsalat bestellt. Und... Ein... Leber... Düdlm... Einen Gia Düdlm... Reicht eigentlich auch vollkommen aus. Ich hab jetzt einen halben Salat aufgegessen und ein halbes Düdlm wird und ich bin satt. Äh... Also... So eine... Infektion hat auch echt einen Vorteil. Man isst wenig bis gar nichts eigentlich. Trink dafür aber sehr viel. Tut mir immer ganz gut, würde ich mal sagen. Wirklich. Ja... Aktuell... Macht auch hier, so wie ich das mitbekommen habe... Magen und Darm die Runde. Also ähm... Wenn man hier nicht gerade mit dem C flach liegt... Dann scheißt man sich halt doch noch die Hacken runter. Ja... Also... Ihr seht... Alles... Nicht so leicht aktuell... Boah... Einzigste Nachteil, Leute... Ohne Scheiße... Mir geht's schon wieder besser... Aber der einzigste Nachteil... Mir tun die Knochen weh, ja... Das kommt immer so sporadisch. So von jetzt auf gleich... Das bleibt dann so 10, 20, 30 Sekunden und dann ist es auf einmal wieder weg. So als ob nichts ist... Ist... Sehr, sehr, sehr kurios und furios und 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 und... Und wie man's auch nennen mag... Mir ist das egal... Mir kommen so langsam... Ja... Alle... Alle... Sachen wieder... Außer die richtigen Worte... Die filmen teilweise noch... Aber... Egal... Es geht... Ja... Weil viele sagten... Oh... Mit Durchatmen... Ja... Klappt... Es ist klar... Es ist... Es ist... Ich sag mal so... Als ich früher geraucht hatte... Manchmal zwei Schachteln am Tag oder so... Hat sich's auch nicht besser angefühlt... Ja... Aber ich bin mittlerweile froh... Dass ich... Äh... Das gut abwehren kann alles und... Ja... Drauf geschissen... Oder wie sagt man so schön... Ja man... Ich glaub das reicht erstmal hin... Aber ich darf jetzt noch rausgehen und Müll wegbringen... Das muss ich nachher noch machen... Ja... Und ich darf... Ich muss halt aufpassen... Dass ich den Leuten nicht zu nahe komme und so... Da werde ich dann natürlich auch meine Maske aufsetzen... Ich hab da noch meine... Mal gucken wo ich die habe... Die FFP2 Maske aus Deutschland... Die hab ich ja noch hier... Und die werde ich dann noch aufsetzen... Also da... Ne... Geh ich gar kein Risiko ein... Und versuch dann irgendwie andere noch mit... Ja... In Gefahr zu bringen und anzustecken oder sonst was... Na Leute... Das war's dann erstmal... Von heute... Für heute... Ich bin übrigens überwältigt über die ganzen Genesungswünsche... Vielen lieben Dank... Wirklich vielen lieben Dank... Ein oder andere hat sich ja ein bisschen lächerlich gemacht... Da guck ich einfach mal drüber weg... Weil mir das... Einfach... Am Poppes vorbeigeht... Ähm... Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen... Das Problem ist... Es juckt alles... Wie gesagt... Ganz... Voll... 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 Voll mit... Herpes... Aber ich nehm hier nach wie vor... Hatte ich euch ja gesagt... Hab ich hier diese... Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht... Sieht man es... Sieht man es nicht... Achlovir heißt das hier... 800 Milligramm... Das ist natürlich hochdosiert... Das Zeug... Aber ich muss sagen... Es wirkt... Also... Einmal gegen den Herbst wirkt es... Und ich hab auch so das Gefühl... Es wirkt auch ein bisschen gegen was anderes... Ja... Also... Von daher... Von mir sieht es gut aus... Es geht wieder bergauf... Durchatmen klappt noch nicht so ganz... Wie gesagt... Und das Schlimmste denke ich mal... Hab ich hinter mir... Alles klar Leute... Dann habt erstmal schönen Dank... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag... Bleibt auch... Bleibt ihr gesund... Ja... Ähm... Ich... Ich... Ich wünsche euch einen schönen Tag... Bleibt gesund... Wie gesagt... Lasst ein Abo da... Liken... Kommentar... Wie auch immer... Bevor ich jetzt noch weiter... Geistigen Dünnschlüssel habe... Ja... Geht's bald wieder... Ich hoffe auch mal... Mit besserem Wetter weiter... Es ist verdammt kalt... Immer noch nur... 12,7 Grad draußen... Ja... Ich hab immer noch Heizung an hier... Weil... Ich einfach friere... Und ich hab keinen Bock auf frieren... Ist auch ein bisschen kontraproduktiv...